Ich glaube, ich habe das Glück, dass ich frech bin. Das heißt, wenn ich eine Frage habe, wenn es etwas gibt, das ich nicht selber weiß, und es gibt ganz, ganz viele Sachen, die ich nicht weiß, dann rufe ich einfach jemanden an. Und zum Beispiel, als ich den Krokodilwächter geschrieben habe und ich zur Obduktion käme, habe ich überhaupt nicht gewusst, wie man das macht. Ich habe keine Ahnung gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wer ist der Ratspathologe, Ratsmediziner hier in Kopenhagen? Professor Hans-Peter Hogen und seine Nummer. Und dann habe ich einfach angerufen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass Leute ziemlich gern über ihren Beruf erzählen möchten. Die sind immer sehr forthcoming und charmant. Und ich habe mehrmals jetzt diesen Professor besucht. Und ich frage ihn tausendfragend. Und der hilft mir immer. Das ist schön. Und não du bist so auditory. Du bist so jemanden unten. Und du bist so laut. Du bist so niemanden.